Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück. Es ist ein herrlich verregneter Samstagnachmittag im April. Nein, Moment, es ist schon Mai. Ich hätte mir einen Kaffee gemacht draußen, es ist kalt hier drin, es ist schön warm und trocken. Was liegt also näher als noch um der EU4 zu spielen? Um erstmal einen Blick zu werfen auf die Großwetternagel. Wo Litauen noch im Krieg gegen die Osmanen, da geht es eigentlich nur um die Krim. Um diese eine Provinz, aber wohl in Litauen, garantiert sie. Ach, und die Krim hat auch noch ein Basal, das ist nicht interessant. Na gut, das wird die Osmanen nicht abhalten. Das ist aber der aktuell größte Krieg, der hier gefochten wird. Frankreich gegen Viannaga, Viannaga ist ja wirklich nur so ein Fetzen hier. Ansonsten noch das Mughulreich, gerade gegen Bengalen im Krieg, aber mit Malwa zusammen sollte das gar kein Thema sein. Ansonsten ist es eher ruhig, meines Erachtens nach, in der Welt. Kastilien, ja kleiner, kleiner Kolonialkrieg würde ich sagen. Wenn man sich mal umguckt, Kastilien, echt umtriebig auch, ne? Hier, auch alles ihr Land. Nicht ohne Grund sind sie als Großmacht immer noch vor uns angesiedelt. Ein deutlicher Happenmeer an Entwicklung. Aber wir haben eben den Vorteil, wir haben ein sehr starkes, kompaktes, leicht zu verteidigendes Land. Das mag ich tatsächlich so sehr an Italien, hier mit so einem Alpengürtel. Wenn man da eine ordentliche Flotte hat, ist das alles gar kein Thema. Achso, die Baummeer war da neu auf. Diese Armada, wir haben ja das Geld, Leute, 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 das sieht doch ganz gut aus. Hier ist alles auf dem Neuesten Stand, ne? Ja. Ich will aber tatsächlich mal zum Start sagen, hey, komm. 40 Transportstelle müssen schon sein. Wenn ich jetzt immer so prototypisch 40er Stacks baue, will ich auch 40.000 in einem bewegen können. Ja, wir sind hier schon längst drüber, aber das ist gar kein Thema. Jetzt weiß man gar nicht, will man in Zeiten vom aufblühenden Humanismus noch großartig missionieren oder einfach den inneren Frieden so halten. Sagen wir mal so, da wo es besonders billig ist, werde ich es machen, sonst lassen wir es, glaube ich. Entscheidungen ist ganz alt. Will ich irgendwas noch bauen? Hier ist halt echt der Punkt, das rechnet sich wohl kaum noch. Ich will weiter Universitäten bauen. Natürlich die berühmte Universität von Athen, auch in Freol, Treviso, Istrien, Dalmatien. Ah, Rezo, Pisa, Luca. Komm, das ganze Zentrum bauen wir jetzt einmal hier durch mit Universitäten. Ich will unbedingt, dass im Jahr 1700 die Aufklärung bei uns triggert. Aber wir haben das Geld. Könnte eigentlich hingehen und sagen, wir investieren dann auch hier mal noch in einen besseren Berater. Beziehungsweise, wenn es hier keinen besseren gibt, könnte man ihn einfach befördern. Der kostet uns ja nicht so viel, wir befördern ihn mal. So, jetzt kriege ich nämlich einen Stufe 3 Berater, der mich die Hälfte kostet. 10 statt 21 Dukaten. 3 Stufe 3 Berater. Der ist ein bisschen schade hier. Also, Verstärkungsrat ist nicht so geil. Also, jetzt nützen mir die anderen auch nicht wirklich was. Dänemark brach sein Bündnis mit Böhmen. Ist Dänemark eigentlich mittlerweile ein Kandidat für uns? Durchaus. Durchaus. Natürlich jetzt nicht mal ganz so attraktiv, wenn sie das Bündnis brechen, aber... Sollten wir vielleicht mal Hallo sagen gehen. Wir suchen ja auf jeden Fall nach wie vor Partner. Das ist in Mittelamerika. Ach, schaut mal an. Dänisch-Mexiko. Nimmt sich jetzt hier in Mittelamerika an. War aber auch mal an der Zeit. Ja, wir können ja mal die Beziehung in Richtung Dänemark verbessern. Also, mein Plan ist es ja jetzt wirklich zu sagen, im Jahre... 97. Greifen wir uns Tunesien. Ich bin nicht ganz sicher, ob das hier nicht zu viel Land ist, um es mit einem Happen zu vasalieren. Das könnte zu viel sein, wobei das Land hier ehrlich gesagt nahezu wertlos ist im Süden. Um dann eben perspektivisch... die Kerne von Aragorn zurückzuerobern und mit Tunesien eine richtig starke Mark oder einen richtig starken Vasallen aufzubauen. Eins von beiden. Was ich überlege zu tun ist, ob ich hier eine Festung setzen soll in Athen einfach als Zeichner, ich glaube. Ne, erstmal nicht. Erstmal noch nicht. Aber genau, mit dieser Vasalierung der Angesträtten, das wird im Großteil der Konflikte im Sinne verbindet mit dem Mogul-Reich, hätte ich dann aber immer noch eine Beziehung vor, also einen weiteren möglichen Verbündeten. Und wir haben jetzt auch nicht die Stärksten, muss man so sagen. Wohl Litauen ist ein Scheinriese und wir sehen, dass der gerade, ne, in seine Grenzen verwiesen wird. Als Pech haben setzen sich hier auch die schwedischen Nationalisten durch. Also, ich sehe kaum noch Truppen. Wohl Litauen scheint nahezu geschlagen zu sein. Rotböhm ist eine gute, starke 40.000 Mann, starke Macht hier in... Zentraleuropa, nicht zu verachten, aber natürlich nichts gegen die Macht der Osmanen oder Franzosen oder Aragons. Salzburg wird annektiert, sorgt hier für schönere Grenzen im Norden, was gefällt mir gut. Souveräner Sieg für unsere gerechte Sache. Kaumänner verloren einmal. Das ist wirklich enorm, wie stark unsere Armee ist. Ich werde auch gleich hingehen und dann einen weiteren 20.000... äh, 40.000er Stack aufbauen. Verrat gegen Athen, wer für den Profis Noyalität... Der Adel verliert 10 Loyalität, das ist in Ordnung. So, dass wir dann, soweit ich hier die 40.000 habe, auf 120.000 Mann blicken können. Ich will den nicht nochmal haben, eigentlich. Unruh global müssen wir jetzt eigentlich einen Weg drumherum nehmen. Wir nehmen einen anderen. Doria wird Herrscher. Senken wir gleich die Unruhe mit ab. Erhöhen aber die Baukosten. Aber gut, wir haben eh fast alles gebaut, was zu bauen ist aktuell. Also das Schöne wäre, wir erobern ja nicht nur gutes, entwickeltes Land, nein, wir erobern auch komplett ausgebautes Land immer, wie in der Regel. 10.03. Kann ich. Kann ich anwenden. Moment. Ne, kann ich nicht. Bin ich blöd. Warum ist es, ist sie nicht verfügbar? Die, äh, die... Achso, ich bin bei 28%. Oje, Wachstum des Geschäftskristall. Nochmal zwei Grundproduktionen in Venedig, ist natürlich ordentlich. Boah, 44 Entwicklung jetzt in Venedig. Das ist aller Ehren wert. Das ist richtig teure Punkte, ne? Was wir hier bezahlen müssten. 250 Machtpunkte ungefähr zusammengenommen für zwei... Punkt, äh, für zwei Grundproduktionen. Ich nehme jetzt ehrlich gesagt irgendwas. Polithaun hat Astrachan den Krieg erklärt. Wurde hier gerade Frieden gemacht? Auha! Ai, 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 ai. Sie haben Krieg geführt, um die Krim zu nehmen. Und haben einfach noch Moldawien, Jedisern und, boah. Halleluja. Es sorgt aber für schöne Grenzen. Das muss man sagen. Das muss man den Osmanen lassen. Aber das ist natürlich ein gewaltiger Schlag. Für einerseits unseren Verbündeten. Der direkt wieder einen neuen Krieg hier vom Zaun bricht. Gut, aber das kann man mal machen. Und es stärkt gleichzeitig unseren... Es stärkt unseren Feind und es schwächt unseren Verbündeten. Das ist natürlich brutal. Hier investieren wir noch nicht. Hier bleiben wir jetzt ein bisschen gemächlicher. Oh, da kommt schon die Stufe... Festungsstufe 8. Oder... Beziehungsweise die höchste... Höchste Festungsstufe. Die wir kennen. Wey. 38.000 bayerische Nationalisten. Na, viel Spaß. Und unser Anführer ist tot. So, jetzt wollte ich hier aber mal kurz das zu Ende bringen. Also. Genau, jetzt geht's. Alles klar. Warum auch immer ich das gerade nicht anwählen konnte. Pushen wir mal den Einfluss ein bisschen hoch. Ach shit. Der Rest ist... Nein, jetzt fehlen mehr. Okay, ich muss auf über 40 kommen, ne? Sie brauchen mehr Land. Der Adel braucht ein bisschen mehr Land. Nicht viel. Nur ein bisschen. Irgendwo, wo es aber auch Sinn ergibt, ihm das zu geben. Hier sowas wie Salerno hat der Adel schon. Und Conscienza geht an den Adel. Pushen wir sie ein bisschen hoch. Genau, auf 40%. Wunderbar. Können wir noch den Minister rekrutieren. 55. Kann ich einen General mitnehmen. Und bin genau bei 75. Okay, 150 macht. Womit ich am Cap bin. Jetzt muss ich mal gucken. Das wäre mir jetzt eigentlich zu teuer, 50% Aufschlag zu zahlen. Und Tech 24 mitzunehmen. Deswegen pumpe ich ein bisschen Macht hier in Venedig rein. Einfach noch. So, wir bauen Venedig jetzt mal. Venedig schon in Uni. Ich meine, das müsste noch hier stehen. Oh, Küste ist sehr teuer. Okay. 25%. Ich habe nicht beachtet, wie teuer Küsten und Provinzen sind. Dann war das ein bisschen sehr generös von mir gerade. Ja, religiöse Einheit plus. Genau. Plus 25%. Das ist ein Maximum an sogar... Nein, wir haben sogar über 100%. Religiöse Einheit haben dadurch eine Mission abgeschlossen. Welche? Hä? Ach, da oben. Bastion des Glaubens. Moral und Missionarsstärke. Für 15 Jahre. Brauche ich im Moment nicht. Lasse ich im Köcher. Hoffe aber, dass ich daran denke. Jetzt bauen wir hier eine 22.000 Mann starke Armee auf. Jetzt geht's los, oder? Ich glaube, ich habe eine Infanterieeinheit zu viel. Jetzt komme ich nämlich da auch auf 40.000 Mann. Dann haben wir 120.000 Mann unter Waffen. Dann gucken wir nämlich gleich mal, ob wir damit dann stehen im weltweiten Vergleich oder überhaupt, wo wir gerade stehen. So, den Anspruch können wir hier auch klar machen. Gucken wir mal. Dänemark ist an einem Bündnis interessiert. Dänemark ist natürlich defensiv gesehen eigentlich attraktiv für uns. Ich weiß nicht, ob es zu Spannungen kommen wird zwischen Dänemark und Polen und Litauen. Nö, sieht nicht so aus. Kein Interesse zumindest an dem Land. Andersrum ja, aber Dänemark ist auch zu schwach, um sich mit Polen und Litauen anzulegen. Da die Allianz mit Frankreich oder Großbritannien gerade nicht in Reichweite ist, Dänemark relativ gefestigt wirkt auf mich, bin ich bereit, dieses Bündnis einzugehen. Sehe ich eher defensiv? Glaube nämlich nicht, dass ich genug Gefälligkeiten hier auf... Also, sie würden mir so oder so, glaube ich, nicht folgen in einem Krieg, den ich im Süden gegen das Osmanenreich folge, weil er einfach zu weit weg ist. Deshalb spare ich mir das mal mit so einem defensiven Bündnis. Genau, Osmanen, äh, ständig Böhmen und Polen und Litauen. Da trete ich bei Genua und Dänemark nicht. So, haben wir eine neue Allianz zu feiern. Voran. Oh, die Kernprovinz verloren, das ist bitter. Dann können wir das uns sparen. Einmal noch ein paar Ansprüche. Hier haben wir Ansprüche. Gegenüber Mailand brauchen wir perspektivisch neue Ansprüche. Hier haben wir den wichtigen Anspruch auf Tunis. Und jetzt auch die Kernprovinzen in Cremona. Die Lombardei machen wir dann auch gleich zu einem Staatsgebiet. In Astrakhan. Ach, warum nehmt ihr nicht alles? Wenn ihr hier schon solche Grenzkorrekturen durchführt. Aber man muss sagen, so im ausgehenden 17. Jahrhundert, die Grenzen werden schöner. Also mein, wirklich, das hasse ich hier. Das finde ich auch ganz schlimm dann zu sehen. Davon abgesehen geht's eigentlich alles, ne? Im Reich. Gut, hier haben wir selber für Chaos gesorgt. Und das Reich verglichen damit, wo es angefangen hat, hat uns da schon einiges Gutes passiert. Sagen wir es mal so. So, bauen wir hier ein paar Ansprüche auf. Wir nähern uns dem Jahr 97. Wir nähern uns dem Krieg gegen Tunesien. Wann genau? Januar 97. Ist ja super. Jetzt sterben ja alle Generäle weg. Den haben wir ja gerade bekommen. Der ist natürlich viel zu schwach eigentlich. Das wird auf jeden Fall einen weiteren General brauchen. Können wir uns auch noch einen leisten. Ein neuer Name. Ja, Philippos Docko. Sehr gut. Also der Krieg ist im Prinzip ganz klar, wie wir ihn führen wollen. Das Bündnis besteht noch, jawohl. Und das Mogulreich ist mit Sicherheit auch nach wie vor... Oh, sie verlieren diesen Krieg. Minus 40%. Ich wollte gerade sagen, sie sind mit Sicherheit Willens zu verteidigen. Ja, aber nicht mehr so extrem, okay. Gucken wir mal. Also wir werden von Palermo aus mit 40.000 Mann übersetzen. Tunis nehmen wir Hauptstadt und das umliegende Land nehmen. Dann hier unten das besetzen. Und dann müssen wir einfach abwarten und schauen, wie sich... Jetzt habe ich hier wirklich zu viele Truppen ausgehoben. Eiskalt wird einfach abgeschafft. Dann müssen wir einfach schauen, wie sich das Mogulreich verhält. Marschieren sie auf Tunesien, versuchen sie, ihren Verbündeten zu befreien. Dann werde ich ihnen hier begegnen. Marschieren sie nach Norden, werde ich ihnen dort begegnen. Wir haben einen riesen Vorteil, wir kontrollieren das Mittelmeer. Wir können einfach Transportstoffe hin- und herschicken. So, die Lombardei wird zu einem integralen Bestandteil unseres Reiches. Oh, da fehlt uns genau ein bisschen Macht noch hier. Eine neue Tech. Ach ne, ich wollte doch hier Limetten. Ah, gegen Skorbut. Floppmoral. Trabakel. Zweidecker. Börse. Okay, das ist interessant. Ich versuchze mich auch mal schon mal so ein bisschen. Also, sie können halt ja zwei Wege gehen. Sie können hier rum marschieren und dann in unseren kroatischen, österreichischen Landesteil einmarschieren oder über Tunesien. Athen könnten sie besetzen, aber das ist auch alles. Sonst haben sie hier keine Handhabe. Also, ich muss mich eigentlich nur in der Ecke hier aufstellen. Hier die See besetzen. Wir haben ein bisschen Reserve. Es wird reichen. Das Mogulreich ist beschäftigt. Ist es dann vielleicht sogar willens, einfach einen weißen Frieden zu machen? Ich hoffe jetzt natürlich, dass es möglich sein wird, Tunesien überhaupt komplett zu versallieren. Das ist die Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Ich weiß nicht, wie groß ob sie zu groß sind vielleicht. Das finden wir aber gleich heraus. Interessant. So denn, Leute. Im Januar 97 geht es ja schon los. So, einmal das mitgenommen. Floppenunterhalt erhöht, aber auch Moral. Tick 24. Nee, wir sind auf einer Ebene, auf einem Level hier. Das müssen wir nicht investieren, wenn wir so weit der Zeit voraus sind. Hier ist es bereit. Tunesien hat nichts mehr. Wirklich absolut gar nichts. Und an so einem Verbündeten sieht es auch alles gut aus. Aber das ist wirklich enorm hier. Scheinen diesmal aber ihre Rebellen niedergeschlagen zu haben hier. Nun. Ganz interessante Bündnisse, die hier gerade geschlossen werden. Österreich? Nee, doch nicht. Hatte ich nicht gesehen, dass Österreich ein Bündnis irgendwie abgeschlossen hat mit mit Aragon? Okay, ich hatte Mailand irgendwie gesehen, gefühlt. Österreich, Aragon. Das finde ich interessant. Ungarn nicht mehr verbündet mit Aragon. Aragon aber immer noch verbündet mit Frankreich. Das ist nach wie vor das große Problem, dass wir Aragon nicht direkt den Krieg erklären können. Wir müssen natürlich auch aufpassen jetzt. Das geht nach wie vor. Wenn ich jetzt in den Krieg reingehe, wird man am Rufe in Valencia sich natürlich fragen, hey, ist es jetzt Zeit, die Rückeroberung zu starten mit Österreich zusammen? Beide Nationen hoch motiviert. Kann man dann Frankreich vielleicht zu gewinnen in den Angriffskrieg gegen uns? Deswegen mal Beziehungen bei Frankreich noch hochpushen. Armeeprofessionität für 500 Dukaten? Ja, nehme ich doch gern. Stufe 2 Moral. Ja. Kostet nicht so viel, ne? Das ist ein Holländer. Das heißt, ich kann ihn nicht befördern. Dann halt, ich brauche, glaube ich, die Moral nicht unbedingt in diesem Krieg. Ich glaube, dass das Mogulreich, dass er gerade im Krieg am Fechten ist, besonders viel mobilisieren kann gegen uns. Es wird so ein, ja, auch so ein Sitzkrieg zum Teil, glaube ich, werden, weil wir viel abwarten müssen, wie sich der Feind verhält. Aber wir sind bereit. Hier zur Verteidigung das Kernland ist und hier gegen Tunesien zum Beispiel. Mein Ziel ist es jetzt hier auch einfach mal, ne? Schönen Wohlstand aufzubauen. So wie Großbritannien. Das wäre ja eine Insel werden, quasi im Mittelmeer. So, Waffenstillstand ausgelaufen. Wir sind Osmanen. Das ist auch halt eine Gefahr, ne? Wir wissen, was sie wollen. Die können sich auch gegen uns wenden und Polythorn ist angeschlagen. Also auch da keine Garantien für nichts. Wir erklären jetzt aber erstmal Tunesien, unserem alten Freund. Sie haben uns damals geholfen, die Unabhängigkeit zu erringen, haben da mit uns gebrochen. Wir waren zwischendurch nochmal befreundet. Aber ich sehe das hier auch mehr als Befreiungsmission. Denn der langfristige Plan ist natürlich, dass wir ihr Land wieder Vereine zusammenführen. Sie von der Knechtschaft Aragons befreien. Natürlich unter der Krone, unter dem Banner der Republik Athen. Aber das ist für mich eine Nebensächlichkeit. Hier geht es um die Freiheit Tunesiens. Das werden sie sehr, sehr bald erkennen. Da geht sie in die Armada. Wenn man das so nennen darf. Der Tunesier. Wir gehen natürlich auf die komplette Blockade, einfach um nichts übrig zu lassen. Da, zack. Den Teil können wir auch nochmal aufteilen. zack. Dann haben wir die Tunesien komplett blockiert. Gut, ich lasse ihn jetzt hier. Ich habe sie jetzt quasi da noch im Mittelmeer. Diese barbarischen Überfälle, die müssen ein Ende haben. Gut, wir können ja mal ganz kurz gucken, ob ich sie erwische. Jetzt soll es mir auch egal sein. Das Mogulreich ist drin, aber mal gucken, ob sie wirklich sich gegen uns engagieren werden. Bucherei! Wunderbar. Vor Ruhe gesorgt. Dann können wir eigentlich auch gleich noch nach Djerba gehen. hier einmal alles besetzen. Tatsächlich zahlenmäßig sind sie uns überlegen. Ich meine, wir legen uns gerade mit dem Mogulreich an. Das ist nicht irgendein Reich. Weiß Gott nicht. wir verlassen uns darauf, dass wir hier die Heimatfront haben und damit im Prinzip alles im Griff ist. Wir können hier mit der Sportflotte dann nach Djerba rüber. teilen wir nämlich auf in 220.000 aus Dex. Und Tunesien wird gefallen sein, bevor das Mogulreich überhaupt Kunde erhält von dem, was hier geschieht in Afrika, in Nordafrika. Das Osmanreich erklärt den Marmeluk in den Krieg. Das war absehbar, dass es da eine Fortsetzung geben würde. Und das macht, dass das Osmanreich gewinnt eine Menge in diesem in dieser Episode. Sie werden jetzt wirklich das letzte Land wahrscheinlich der Marmeluk mehr oder weniger schlucken können. Haben hier gegen Polnitaun schon gewonnen. Also ich glaube nochmal werden diese nicht in so einer Phase der Schwäche erleben können. Ich darf sogar anhören. Mal gucken, wie das jetzt vonstatten geht. Diese Armada 129 Galeren. Gewaltig. Angsteinflößend. Und soweit aber alles recht souverän. Das Mogulreich mag Truppen haben, aber sie werden halt nicht so viel hier über marschieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Sie werden nicht mit 80.000 Mann jetzt hier plötzlich an unseren Grenzen auftauchen. Ich glaube, alles, was sie haben, können wir zurückschlagen. Es wird halt nur nervig sein. Aragorn gegen Fulbe interessant. Oh, entschuldigt. Es wird nur nervig sein, weil wir so den Krieg nicht allzu schnell zu Ende bringen können. Das brauchen wir nicht. Tja, war gefallen. Können wir auch hier rüber marschieren. Hier war doch noch irgendwo eine tunesische Armee. Oder da ist die tunesische Armee. Ach, jetzt habe ich Zugriff plötzlich auf das landet. Da kommt es in der Wüste von Gadames. Nicht zur Entscheidungsschlag. Wahrscheinlich in Tripolis. In der Küste. Den Hafen einlaufen. Hier in der Wüste? Sie sind committed. Jetzt haben wir sie. In dem Marmelukenreich helfe ich natürlich gerne in seiner gerechten Sache gegen die osmanische Invasion. Aber ich glaube, es wird nicht allzu viel sein, was da zu erreichen ist. Wir halten mal unsere Beziehungen überall hoch. Bei den Franzosen waren wir gerade schon richtig. Auf 100, dass uns der Aragorn nicht irgendwie in den Rücken gefällt. Hier sieht es auch sehr gut aus. Herr Böhm ist uns auf ewig dankbar. Machen wir uns nichts vor. Dänemark sieht noch mal hoch pushen. Wunderbar. Ja, kein Problem. Diese Tunesier Tahit Tahit das reicht nicht. Schaden Fernkampf plus 10% gewaltig. Auf Splitten einmal alles. Nicht noch viel weiter. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wo ich jetzt überall Truppen hingeschickt habe. Einfach mal überall hin. Die zwei Schiffchen hole ich mir auch noch. Ja, da sind ein paar Schiffe übrig, aber gleich haben wir Tunesien glaube ich komplett besetzt. Es gibt dann auch keine tunesische Armee mehr. Wir müssen dann wirklich nur auf die mogulische Offensive warten. Und einfach nur abwarten, bis wir die Lust verlieren. Das sollten wir nicht mitnehmen. Achse Expansion plus 5. Da bezahle ich dann sogar mal mit Macht. Jetzt werden hier die letzten Schiffe rausgetrieben und dann ist es schon geschafft. Tunesien ist besetzt. Vielleicht wir weit davon entfernt sein dürften sie was sanieren zu können. Wir gucken mal. Ah, sie sind zu groß. Fuck, habe ich befürchtet. Ach, 140%. Okay, also deutlich drüber sogar scheiße. Hmm. Hmm. Damn, das ärgert mich jetzt. Das ist natürlich der ganze Plan, der ursprüngliche Plan. Jetzt so ein bisschen dahin damit. Sagen wir uns mal hier in Tripolis. Das ist keine großen Provinzen. Das weiß man auch nicht so richtig, was man machen soll mit so einem Frieden. Klar, ich könnte jetzt hier natürlich Land nehmen und dann in der zweiten Runde Tunesien dann irgendwie freilassen, sodass ich müsste sie jetzt halt auf unter Ja, ich müsste ungefähr 40-50 Prozent Frieden machen und dann in der zweiten Runde den Rest einfach zu wasanieren. hoch hoch, dann müsste ich jetzt vielleicht auch gar nicht so großartig jetzt darauf warten, was die was das Mogulreich macht. Das ist natürlich ärgerlich, aber es war tatsächlich fast absehbar, dass hier Tunesien vielleicht auch noch ein Ticken zu groß ist für uns, um sie einfach mal so zu schlucken. So, jetzt haben wir schon wieder zu viel Macht. Ja, bei 15 Prozent bezahlen wir das mal. Würde ich sogar jetzt demnächst hier in die neuen besseren Festungen setzen, hier zumindest direkt im Norden. Kern und Tirol mal wirklich zur absoluten Spitzenklasse ausbauen zur Sternfestung. Ah, genau, sechs waren nur Bastionen. Glaub ich fälschlicherweise auch zur Sternfestung erklärt. Na gut, liebe Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, überlegen wir uns mal, wie wir dann voranschreiten wollen in diesem Krieg. Was wir machen? Ich denke mal, ich werde dann so ein bisschen Land nehmen. Ich kann halt hier auch keinen anderen Vasallen erschaffen. Das ist ein bisschen problematisch. und das ist auch Berberland, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ja. Da will man dann auch nicht zu gierig irgendwie zuschlagen. Also ich würde jetzt halt ein bisschen Land nehmen, das dann wahrscheinlich auch zu einer Kernprovinz machen müssen, weil ich kann nicht so lange das Land nicht als Kernprovinz haben. Da habe ich ja nur Stress. dann im zweiten Krieg den Rest quasi schlucken, zu einem Vasallen machen und ihn dann gegebenenfalls das tunesische Land beantworten. Oder eben nur Teile dann, dass der Rest quasi dann athenisch bleibt. Man könnte halt hingehen und sagen, okay, dass die Tunesien-Region selbst athenisch wird. das wäre jetzt auch mein Kriegsziel dann jetzt in diesem Frieden zu sagen, dass wir das nehmen, dieser Region. Genau, interessiert auch keinen der Europäer. Und den Rest dann vasaliert und dann ausbaut mit den aragonischen Kernen. Das ist ein schönes Land hin. Tunis voran, vor allem Suß, Zucker, das ist schon echt gut. Liebe Leute, bevor die Folge wieder so extrem lang wird, machen wir jetzt hier einen Cut. In der nächsten Folge gucken wir mal dann wegen des Friedens mit Tunesien, wie er genau aussehen wird, finden wir dann heraus. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, weil das Mogul-Reich vorher auf jeden Fall raus muss. Die sind mir noch zu motiviert und haben jetzt auch keinen anderen Krieg mehr. Das heißt, wir erwarten in der nächsten Episode das Mogul-Reich vor unseren Toren. Bis dahin, macht's gut.